Die Deutschen haben für alles ein Wort. The Germans have a word for everything. The Germans have a word for everything. Was magst du lieber, Musik oder Englisch? Which do you prefer? Music or Englisch? Which do you prefer, Musik or Englisch? Übersetze die unterstrichenen Sätze. Translate the underlined sentences. Translate the underlined sentences. Sie hat all ihre Weihnachtsfeste zu Hause bei ihrer Familie verbracht. Es weht ein starker Wind, sodass ich nicht schnell gehen kann. Er ist der Meinung, dass etwas ganz Neues benötigt wird. Tom konnte Maria nirgends sehen. Tom didn't see Mary anywhere. 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 I've never eaten anything as delicious as this. Wusstest du das damals? Did you know this at the time? Canada liegt nördlich von Amerika. Canada is on the north side of America. Canada is on the north side of America. Es gab nicht viel Verkehr. There wasn't much traffic. There wasn't much traffic. There wasn't much traffic. Sie räumte ein, dass meine Aussage der Wahrheit entsprach. Normalerweise habe ich keine Angst vorm Fliegen. Ich vergaß, die Schublade abzuschließen. Ich vergaß, die Schublade abzuschließen. I forgot to lock the drawer. I forgot to lock the drawer. I forgot to lock the drawer. Wir sind wirklich gute Freunde. Ich verwende heute das Heizgerät nicht. Das Paket ist schneller gekommen, als ich dachte. Sie hat vor zehn Minuten das Haus verlassen. Bist du mit unserem Plan einverstanden? Diese Organisation mangelt es an Einheit. Nur sie kann den Computer benutzen. Hast du über dieses Problem mit jemandem gesprochen? Macht es dir was aus, auf die Kinder aufzupassen? Maria sagte, sie sei hier sehr glücklich. Mary said that she's been very happy here. Wir waren überrascht über den drastischen Anstieg der Importmenge. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen, wenn es dir nichts ausmacht. Warum sollten sie Schluss machen? Wir müssen zusammenhalten. Von der Sonne ausgehend ist die Erde der dritte Planet. Hast du versucht, deinen Router neu zu starten? Weißt du etwas über ihn? Er wurde zum Mannschaftsführer ernannt. Sie sollten sich ihre Augen von einem Arzt untersuchen lassen. Ich kann diese Hitze nicht mehr ertragen. Als Jugendliche jobbte Maria als Babysitterin. Wo kann ich in Boston Buttermilch kaufen? Es ist für mich wichtig, dass ich verstanden werde. Warum tut ihr euch das an? Wir leben nicht mehr in der Steinzeit. Atmen Sie ganz aus. Ken hat mich beim Schach geschlagen. Ken hat mich beim Schach geschlagen. Ken beat me at chess. Ich werde ihn bei der ersten Gelegenheit aufsuchen. Ich werde ihn bei der ersten Gelegenheit aufsuchen. Was ist bezüglich Teppichen deine Lieblingsfarbe? Was ist bezüglich Teppichen deine Lieblingsfarbe? Ich habe gesehen, was du getan hast. Ich kann nicht jeden Tag hierher kommen. Ich kann nicht jeden Tag hierher kommen. Ich kann nicht jeden Tag hierher kommen. Wir müssen irgendwann mal zusammen Squash spielen. Wir sollten zusammen zusammen spielen. Wir sollten zusammen zusammen spielen. Er war mit allen in der Stadt bekannt. Er war mit allen in der Stadt. Er war mit allen in der Stadt. Er war mit allen in der Stadt. Wie viele Leute sind da? Tom hat sich von seinen Ersparnissen ein Auto gekauft. Tom bought a car using his savings. 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 Dieses Problem wird nicht einfach verschwinden. This problem isn't going to just go away. This problem isn't going to just go away. This problem isn't going to just go away. Can I come tomorrow too? Can I come tomorrow too? Can I come tomorrow too? Du kannst sie gerne ausprobieren. You're welcome to give it a try. You're welcome to give it a try. You're welcome to give it a try. Why are you unhappy? Why are you unhappy? Why are you unhappy? Er hat mich nicht verstanden. Er hat mich nicht verstanden. He didn't understand me. He didn't understand me. Mein Vater will aus mir einen Rechtsanwalt machen. My father wants to make a lawyer of me. My father wants to make a lawyer of me. My father wants to make a lawyer of me. Hilf mir mal mit diesem Gepäck. Just help me with this baggage. Just help me with this baggage. Ich würde gern Geld wechseln. I would like to exchange money. I would like to exchange money. Draußen scheint's kalt zu sein. Ich will nicht aus dem Bett. It seems cold outside. I don't want to get out of bed. Dieser Mantel passt mir sehr gut. Ich bin heute nicht ganz auf dem Damm. Ich hätte gerne hier Ihre Unterschrift. Warum ist es uns nicht früher aufgefallen? Du hast die Kartoffeln zu lange gekocht. Ich lerne gern etwas Neues. Ihre Schönheit wird mit der Zeit vergehen. Beethoven war ein großer Komponist. Beethoven war ein großer Komponist. Ich glaube, dass du bald wieder auf den Beinen sein wirst. Ich denke, dass du bald wieder auf den Beinen sein wirst. Ich denke, dass du bald wieder auf den Beinen sein wirst. Freust du dich darüber? Are you happy about this? Are you happy about this? Ich will unbedingt etwas Kaltes zu trinken. I am dying for a cold drink. Ihre dunklen mandelförmigen Augen waren wunderschön. Wir sprechen nicht dieselbe Sprache. 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 Wir gehen eine schmale Straße entlang. Wir gehen eine schmale Straße entlang. Wir gehen eine schmale Straße entlang. Er ist mit ihr verschwägert durch Heirat. Er ist mit ihr verschwägert durch Heirat. Vergib deinen Feinden, doch vergiss nicht, wie sie heißen. Forgive your enemies, but don't forget their names. Alle beide sprachen nicht gern über ihre Beziehung. Neither of them was comfortable talking about their relationship. Drachen steigen lassen kann gefährlich sein. Flying a kite can be dangerous. Flying a kite can be dangerous. Welche Lebensmittel magst du nicht? Dieser Baum ist mehr als einhundert Jahre alt. Ich möchte mich bei allen unseren Gästen für ihr Kommen bedanken. Einmal pro Woche geht sie ins Kino. Er ist ausschließlich Obst. Ein neuer Lehrer wird die Klasse übernehmen. Tom hält sich für klüger als alle anderen. Was ist mit dem Buch passiert, das ich gestern hier hingelegt habe? Willst du mich immer noch umarmen? Neben seinem neuen Auto sieht meins schäbig aus. Nicht die Quantität, sondern die Qualität. Wie oft sollte man sich die Haare waschen? Ich hoffe, ich bereite Ihnen keine Umstände. Der Lehrer hat Schülerinnen. Willst du sagen, dass ich kein Hirn habe? Er ging vor dem Frühstück spazieren. Er ging vor dem Frühstück spazieren. Er ging vor dem Frühstück zu spazieren. Er ging vor dem Frühstück spazieren. Er ging vor dem Frühstück spazieren. Hast du bereits Kinder? Vergleichen Sie das hier mit dem, was in Ägypten passiert. Compare this with what is happening in Egypt. Ich habe gehört, dass du dich verlobt hast. Ich werde ihr mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln helfen. Nächsten Sonntag werde ich schon einen Monat in diesem Hotel verbracht haben. Ich war in einen Verkehrsunfall verwickelt. Sie hat zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Aber ich glaube nicht, dass das eine das andere ausschließt. But I don't think that the one precludes the other. Willi ist zu einer großen Menge Geld gekommen. Bill has come by a great deal of money. Ist es euch wichtig, wann wir ankommen? Dieses Zimmer ist mit zwei Betten ausgestattet. Ich denke, wir sollten jetzt besser gehen. Die Mädchen fingen an zu lachen. Ich erinnere mich, dass Tom mich um Hilfe bat. Bitte zieht eure Schuhe an. Sie ist über den Pazifischen Ozean weggesegelt. Ihr seid noch bescheuerter, als ich dachte. Ich weiß nicht, ob sie kommen wird. Ich weiß nicht, ob sie kommen wird. Ich weiß nicht, ob sie kommen wird. I don't know if she will come. Tom will dich nie wiedersehen. Tom never wants to see you again. Tom never wants to see you again. Ich verstehe die Frage wirklich nicht. I truly do not understand the question. Wann sind Sie dorthin gegangen? When did you go there? When did you go there? Entscheidungen zu treffen liegt mir nicht. I'm bad at making decisions. Sie werden eine Wohnung mit Meerblick mieten. They will rent an apartment with a view of the sea. They will rent an apartment with a view of the sea. Ich lerne Tokipona schon seit langem. I've been learning Tokipona for a long time. I've been learning Tokipona for a long time. Sie schien mich nicht wiederzuerkennen. She didn't appear to recognize me. Sowohl der Lehrer wie auch sein Schüler sind gekommen. The teacher as well as his students has come. Schrei mir nicht ins Ohr. Was hast du da in der Tasche? In diesem Haus gibt es weder Strom noch fließend Wasser. Tom war von dem, was er sah, nicht beeindruckt. Tom wasn't impressed by what he saw. Tom wasn't impressed by what he saw. Meine Zukunft ist mir egal. Nach dem Fußballspiel prügelten sich die Fans. Supporters fought with each other after the football match. Supporters fought with each other after the football match. Sie muss von ihrer Rente leben. She has to live on the pension. 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 Wir wohnen in dem Mietshaus gleich dort auf der anderen Straßenseite. Vielleicht wird die Orion-Kapsel eines Tages Menschen zum Mars befördern. The Orion-Kapsel may one day carry human beings to Mars. The Orion-Kapsel may one day carry human beings to Mars. Hält der Bus hier an? Is this where the bus stops? 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 Hat dir das Spiel Spaß gemacht? Soll ich dir etwas Wasser bringen? Shall I get some water for you? Shall I get some water for you? Ich möchte einen Tisch für Mittwochabend reservieren. I would like to reserve a table for Wednesday evening. I would like to reserve a table for Wednesday evening. I would like to reserve a table for Wednesday evening. Ich interessiere mich nicht für Sport. Ich habe ein Recht, auf diesem Schiff zu sein. Es ist mir egal, was der Arzt sagt. Ich werde essen, was immer ich will. Willkommen zurück. Wir haben dich vermisst. Welcome back. We missed you. Ich habe mir einen Schongarer gekauft. Ich steige in den nächsten Bus. Was fragst du? Wir verfolgen fleißig unsere Ziele. We're working hard to reach our goals. We're working hard to reach our goals. We're working hard to reach our goals. Wie konnten Sie ihn das machen lassen? Das ist nichts, dessen Sie sich schämen müssten. Gesundheit ist das höchste Gut. Health is the greatest wealth. Health is the greatest wealth. Mary lebt alleine mit ihren beiden Kindern. Mary lives alone with her two children. Mary lives alone with her two children. Wahrscheinlich hat er davon noch nichts gehört. Chances are that he has not heard the news yet. Chances are that he has not heard the news yet. Chances are that he has not heard the news yet. Niemand hat über den Film gesprochen. Nobody talked about the movie. 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 Tom is looking at himself in the mirror. Hast du letzte Woche deine Freunde gesehen? Did you see your friends last week? Did you see your friends last week? Did you see your friends last week? Der Spion kontaktierte den Feind. The spy made contact with the enemy. 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 Das ist eine berühmte Geschichte, die jeder kennt. That story is a famous one that everyone knows. That story is a famous one that everyone knows. That story is a famous one that everyone knows. That story is a famous one that everyone knows. Er trinkt gern Bier und besäuft sich jeden Tag. Wir bestätigten telefonisch die Hotelreservierung. Ihr Vater ist polizist. Sie schaffte es, ein Auto zu fahren. Die Bibliothek schließt in zehn Minuten. Unsere Nation mag Baseball sehr. Weißt du, wie peinlich das für Tom ist? Ich bin 25 und hatte noch nie eine Freundin. Das ist ein günstiges Restaurant. Es spielt keine Rolle, wie ich da draufgekommen bin. Wir fahren im Sommer für gewöhnlich an den Strand. Er setzte sich an den Tisch, um zu essen. Das eine hindert das andere nicht. Wir fanden Fußstapfen im Sand. Wir fanden Fußstapfen im Sand. Mir begegneten einige Freunde, während ich auf einen Bus wartete. Mach dir nicht so viele Sorgen. Sie hat ihm einen Pullover gestrickt. Du hättest nicht so etwas zu ihm sagen sollen. Du hättest nicht so etwas zu ihm sagen sollen. Wenn du hier bist, fühle ich mich sicherer. Wenn du früher gegangen wärst, hättest du den Zug erreicht. Das wäre wenig professionell. Nachdem wir mit der Arbeit fertig waren, genossen wir es, uns zu unterhalten. Anhaltenden Frieden wird es auf Erden erst geben, wenn alle tot sind. Mein Mann kann sehr gut kochen. My husband is a very good cook. My husband is a very good cook.